Ich arbeite seit fast 30 Jahren auf U-Booten. Durch diesen Job habe ich meine Familie verloren. Wir müssen sie entlassen. Alle. Wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Ich weiß, wie wir an Geld kommen. Aber wir brauchen dich, Robinson. Ein Mann wie dich. Voriges Jahr war ich auf dem Schwarzen Meer. Wir haben da was gefunden. Auf dem Meeresgrund liegt eins von Hitlers U-Booten. Beladen mit Gold. Ich brauche Männer. Die Hälfte Briten, die Hälfte Russen. Reynolds, Peters, Tobin. Das ist noch ein Junge. Fraser. Der ist eine Belastung. Aber er ist ein höllisch guter Taucher. Um wie viel Gold geht es? 182 Millionen Dollar. Gleiche Anteile für alle. Was suchst du? Die Fenster. Hier gibt es keine Fenster. Wofür ist der Besen? Dann gibt es doch keinen Schornstein? Nein, Junge. Keinen Schornstein. Boss. Wir sind soweit. Luke schließt! Ist so unfair, dass Sie dasselbe kriegen wie wir. Draßen wartet. Dunkelheit. Kälte. Tod. Was geschieht, wenn sich einer von denen ausrechnet, dass sein Anteil größer ist? Wenn es weniger Männer gibt, mit denen er teilen muss? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Robinson! Wir wollen überleben. Einfach nur überleben. Wir machen Sie alle kalt. Einen nach dem anderen. Scheiße! Licht die Luke dicht! Dein Vogelkostüm raus. Entschuldige! Au! Au! Ich!